Der Sportchamp Der Sportchamp ist eine vielseitige Reinigungs- und Pflegemaschine, die alle modernen Anforderungen an Pflegegeräte erfüllt. Er bietet eine große Auswahl an Anbaugeräten, Motoren bis hin zu Modellen mit Hochentleerung und das alles in einer Maschine. Die übersichtlich angeordneten Instrumente ermöglichen eine intuitive und komfortable Bedienung bequem vom Fahrersitz aus. Das funktionale Kupplungssystem spart Zeit und Kraft durch einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Wechsel der Anbaugeräte. Der Sportchamp vereint vier wesentliche Funktionen für Belege. Aufbürsten der Oberfläche Verunreinigungen extrahieren Rückführung des Einfüllmaterials Aufrichten der Fasern Der Reinigungsprozess entfernt Schmutz und Ablagerungen aus dem Einfüllmaterial und bringt es in gereinigter Form auf die Sportoberfläche zurück. Das Rüttelsieb trägt maßgeblich zur Qualität und Bespielbarkeit des verfüllten Kunstrasens bei und fängt grobe Schmutzpartikel wie Steine und Zweige auf. Feiner Staub, abgespielte Fasern, Blätter und Papier werden von einer integrierten und leistungsstarken Turbine angesaugt. Staub mit hohem Feinanteil sowie Granulat, Faserabrieb, Mikroplastik werden nach dem Ansaugen der Turbine im SMG-Filter gebunden. Die Filterbox lässt sich durch Hubhydraulik ganz einfach entleeren. Ein großes Sortiment an Anbaugeräten erweitert und beschleunigt alle erforderlichen Pflegearbeiten. Für die Sportchamp-Modellreihe gibt es spezielle Anbaugeräte für den Winterdienst und das Streuen von Verfüllmaterial, die Laubbeseitigung, das Auflockern extremer Verdichtungen und das Sprühen von Pflegemitteln. Anbaugeräte für unverfüllten Kunstrasen erweitern das Einsatzgebiet von Kunststoff-Sportbelegen oder Gehwegen. Die Rotationsbürste setzt man auf verfüllten Kunstrasen regelmäßig ein. Sie richtet die Faser auf und saugt Schmutz ab. Verhärtete Plätze lockert man mit der Dekompaktierbürste wirksam auf. Die Federzinken sind flexibel und somit schonend für den Rasen. Die Doppelbürste mit Seitenkehrbesen wurde speziell für Vollkunststoffe. Rohstoffrasen, Athletikbahnen und Betriebsflächen entwickelt. Sie ist überaus effektiv bei der Entfernung von Schmutz und lässt absolut nichts liegen. Verlorenes Einfüllmaterial aus Kunstrasenflächen oder Gummiabrieb auf Athletikbahnen wird somit rechtzeitig aufgenommen, bevor es in die Umwelt gelangt. Bei ungleich verteilten Einstreumengen verfrachtet die Freikehrbürste das Material dorthin, wo es hingehört. Auch im Herbst anfallende große Mengen Laub können damit abgekehrt werden. Die Streueinheit fasst rund 200 Liter und ist für das exakte Nachfüllen, beispielsweise im Torbereich, für alle Arten von Einfüllmaterial geeignet. Um die Arbeitsleistung zu maximieren, gibt es die Streueinheit auch mit einer Arbeitsbreite von 1400 mm und mehr als der doppelten Kapazität. Mit der Sprüheinheit können alle Arten von Pflegemitteln auf den Sportboden aufgebracht werden. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 270 Litern. Mit der Rototain RT 900 wird der Kunstrasen aufgelockert bei einer Arbeitsbreite von 900 mm. Blüten und Blätter sind mit der Laubsaugplatte im Handumdrehen entsorgt und ausgespieltes Gummigranulat kann damit effektiv entfernt werden. Mit dem extra langen Saugschlauch lassen sich Randbereiche und schwer zugängliche Stellen spielend einfach reinigen. Mit der Schleppbürste werden die Kunstrasenfasern aufgebürstet und wieder in Form gebracht. Der Heckanbau lässt sich schnell und einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. SMG-Maschinen werden von der FIFA im Qualitätskonzept für Kunstrasen, von der UEFA in Nutzung und Pflege von Kunstrasen und vom australischen Intelligenter Leitfaden zur Pflege von synthetischen Sportrasen empfohlen. Seit 1996 das unangefochtene Flaggschiff der SMG-Reinigungsmaschinen. Mit mehr als 2500 verkauften Einheiten weltweit, pflegte der Sportchamp bis zu 500 Millionen Quadratmeter Kunstrasen, reinigte bis zu 250 Tonnen Einstreumaterial, entfernte bis zu 100 Tonnen Schmutz und ca. 20 Tonnen an Feinstaub und verhinderte den Austrag von Hunderten von Tonnen an Gummigranulat. Für einen perfekt gepflegten Sportbelag und optimale Spielbedingungen das ganze Jahr über. Der Sportchamp von SMG. Mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Möglichkeiten, weniger Umweltbelastung.